Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Last Story und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe nämlich keine Ahnung, aber ich möchte was ausprobieren. Ich kann meine Armbrust hier nicht verwenden. Egal. Gehen wir einfach mal hoch, schubsen die Leute. Ja, genau. Und sprechen einfach mal mit Degren. Hast du mit Yurik gesprochen? Es scheint etwas zu ihm auch zu verhören. Und wer bist du, Geschäft? Yurik? 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 Wo bist du? Entschuldigung. Ja, die Katze war das letzte Mal. Wir gucken jetzt einfach mal hier, ob Yurik da irgendwo ist. Unterdeck. Yurik. Da ist Mirania. Hier draußen müsste doch Kalista sein. Sie war ja nicht mit auf den Vono-Inseln. Hast du noch was? Ich war wohl etwas zu voreilig. Ja, oder so. Ja, das ist doch schön. Gut, gut. Ähm, trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo Yurik ist. Hier geht's ja wieder raus. Wo ist der Kerl? Hast du eine Ahnung? Ja. Ja, hatten wir schon. Ja, das kennen wir schon. Hm. Yurik, wo treibst du dich rum? Wahrscheinlich bin ich einfach mal wieder zu blind. Yurik? Ach, wir haben ja auch noch die Kapitänskajüte. Stimmt ja. Die Tür geht nicht, also gehen wir hier rein. Ah, fast übersehen. Ah, fast übersehen. Was ist mit ihm los? Ne, da... Ne, da komm ich mit. Was hast du denn auf einmal? Ich frage mich, was mit ihm los ist. Ich frage mich, was mit ihm los ist. Kapitel 14. Schiffswrack. Da ist Kapitel 14 also geblieben. Also, was haben wir hier? Seltsames Verhalten liegt an den Tag. Okay, Speichern brauchen wir nicht. Das haben wir ja gerade erst getan. Dann wollen wir doch mal. Mann, hat der einen Zahn drauf. Huch! Hier sind Pfeilen drin. Das ist ja nicht sehr erfreulich. Woppa! Scheint hier nicht sehr ungefährlich zu sein. Oder? Kommt doch gleich was. Oha! Oha! So, na. Riesenkrabe, Wassertier. Diese Kreatur schießt mit giftigen Stacheln um sich. Eiswesen, äh, schwäche Feuer. Okay. Okay. Aber die scheinen an... Ja. Die scheinen schnell down zu sein, oder? Nur Yuri ist irgendwie vergiftet gerade. Was? Aufsteigen? Das habe ich ja gar nicht gelesen jetzt. Ach, vom ganzen Labern. Ach so, ja. Aufsteigen. Yeah! Ah, okay. Ich sehe nichts mehr. Okay, hier kann ich jetzt aufsteigen, ne? Ja. Und somit ist sie dann auch platt. Alles klar. Ich will da so wach. Was haben wir hier? Oh, das müssen wir auch schätzen lassen. Jetzt haben wir zwei Schwerter, die wir schätzen lassen müssen. Das habe ich auch gerade auf dem Schiff ganz vergessen. Aber wir gehen jetzt weiter. Lass mich durch! Hä? Oh nein. Meinst du echt, hier ist ein Gegengift irgendwo? Nein, nein. Ich gebe mein Bestes. So. Und Yurik, so wenig wie möglich bewegen. Genau. Ja. Und so wenig... Ja. Ja. So wenig wie möglich bewegen, sonst verbreitet sich das Gift nur, ne, Yurik? Okay, hier ist nichts. Hä? Hä? Kann ich hier hoch? Ah. Dann gucken wir doch mal nach einem Gegengift. Das ist dringend nötig. Aber wenn Yurik nicht so voreilig gegangen wäre, hätten wir vielleicht Mirania wenigstens mitnehmen können. Da ist eine Kiste. Gegengift! Gegengift! Jetzt will ich aber auch wissen, was hier ist. Vielleicht ist es ja das falsche Gegengift. Wer weiß das schon. Und hier ist voll dunkel. Okay, ich sollte... Oh. Ich sollte wohl zurückgehen. Piratenring. Aber ich bin so neugierig. Ja, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Hoffe ich zumindest. Dann... Machen wir uns mal auf den Rückweg. Ne? Ja. Aber hier ist auch noch eine Tür. Äh, wo bin ich jetzt hier? Hier ist noch eine Kiste. Piratenring. Oh, hier sind ja tausend Sachen. Gnomenkupfer. Drei tausend Sachen. Na, du sollst nicht gegen die... Hallo? Du sollst... Okay, da geht's nicht durch. Gut. Schnell zurück zu Yurik. Damit wir ihm das Gegengift verabreichen können. Also runter. Na. Der will immer runter stolpern. Der Seel, der Seel. Hallo. Bin zurück. Und zurück. Yurik. Wie geht's dir? Sieht mich, ich verdiene. Ich schaue dir. Nein. Geh es nicht. Ich meine, ich kann nicht counten, wie viele Male your magie hat mich geholfen. Das ist mein Job. Das ist das, was ich bezig. Aber du bist nur hier, weil ich ein großes Schmerzen darüber gemacht habe. Es ist nicht das gleiche. Wir sind Freunde, richtig? Es ist normal, um uns zu helfen. Genau. Auf geht's. Ach ja. Du willst also noch weiter gehen? Okay. Jaja. Mal sehen, was hier noch im Wrack lauert. Ich bin gespannt. Sieht aus, als würden wir beobachtet werden. Meine ich ja. Wer ist da? Degren, okay. Fehlt nur noch Kalista. Ähm, ich nehme die rechte Tür. Alles klar. Alles klar. Ach, Kalista hätte ich doch schon gern dabei. Aber das scheint gerade nicht möglich zu sein. Alles klar. Gehen wir voran. Hier geht es nicht weiter. Ja.